Hallo, Sie sind auf dem Kanal Reparaturzeit. Heute bewerte ich den Gardena EasyCut 2318V P4A Ready-to-Use-Set Akku-Rasentrimmer. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Ein echtes Leichtgewicht. Mit einem sehr geringen Gewicht von gerade einmal 2,4 kg geht das Trimmen deines Rasens leicht von der Hand, was vor allem bei längeren Arbeiten sehr angenehm ist. Ein Akku für alle. Das EasyCut 2318V P4A Ready-to-Use-Set enthält einen 2,0 Ampere-Stunden-Akku und zugehöriges Ladegerät der 18V Power for All Alliance. Die Laufzeit ist 45 Minuten oder bis zur 1125 Meter Rasenkante. LED-Anzeige. Die gut sichtbare LED-Anzeige direkt am Gerät zeigt den aktuellen Ladestand des Akkus. Du weißt also immer, wie lange du noch arbeiten kannst und wann es Zeit wird für eine wohlverdiente Kaffeepause. Arbeiten wie du möchtest. Der Trimmer lässt sich dank des verstellbaren Teleskopstils an deine Körpergröße anpassen, während der verstellbare Zusatzgriff für eine ergonomische Bedienung sorgt. Gute Performance auch an schwer zugänglichen Stellen. Der Kopf lässt sich im Winkel anpassen auf eine Arbeitsposition von 0, 10 oder 60 Grad. Auch schwer zugängliche Stellen, wie zum Beispiel unter einer Gartenbank, einem Tisch oder einem Tampolin sind so sehr gut erreichbar. Präzises Trimmen dank Rotor Cut Schneidsystem. Jeder Schnitt sitzt durch die langlebigen Rotor Cut Kunststoffmesser, die eine Arbeitsbreite von 23 Zentimetern besitzen und mit denen es sich präzise, effizient und sauber trimmen lässt. Der 18V Power4All Akku. Mehr als nur ein Akku. Die Power4All Alliance ist eine der größten merkenübergreifenden Akkuallianzen führender Hersteller. Ihre Akkus können in vielen Produkten führender Hersteller eingesetzt werden. Du brauchst also nicht für jedes einen extra Akku zu kaufen und sparst Geld. Deine Pflanzen in guten Händen. Mithilfe des optional verwendbaren Pflanzenschutzbügels werden deine angrenzenden Blumen und Sträucher geschützt. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Direkt ein Kunststoffschlitzer zerfetzt, recht laut, Schraubendreher wird benötigt und Preis sehr hoch. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Kein lästiges Kabel, keine Spule mit Faden, sondern breite Kunststoffschlitzer, lange Teleskopstange, diverse Positionen einstellbar, Sicherheitsschalter, relativ leicht, liegt gut in der Hand und mit anderem Akku kompatibel. Das war's mit unserem Testbericht zum Gardena EasyCut 2318V P4A Ready-to-Use-Set Akku-Rasentrimmer. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!